Diese Frage bewegt die Wissenschaft. Wobei. Wobei. Nein. Aua. Mist. Das hätte ich vermeiden müssen. Mann. Bis dahin war es gut. Oh, Heiltrank. Geil. Und Schilddrank. Geil. Was ist das? Langbau. Macht 38. Können wir mal mitnehmen. Trottel. was ist die? frottel. Das war's. Was ist das? 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 Nein! Jetzt wird es aber haarig hier. Was ist das? Lasst mich doch mal in Ruhe, Alter, ich hab euch euer Nest doch kaputt gemacht. Uncool. Was ist das? Mist. Wir wollen noch ein Portal. Schade. Ja, da werden wir, da werden wir wohl auf der Strecke bleiben. Nein! 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 Wir bekommen auch noch eins. Jetzt zeige ich noch mal. Jetzt zeige ich natürlich meinen schönen starken Bogen nicht mehr. Ja! 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 Einen Bogen. Ja! Was ist das? ein Hebel? Was ist das? Ja! Ja! Was kann es mein Schatz? Was hat es gemacht? Nein! Ritterrost! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Türen kaputt, er macht Türen kaputt. Er macht Türen kaputt. Er ist bekannt dafür. Tür zu! Schnell! Ausgedrückt! Was ist das? Was ist das? Noch einer! Was ist das? Das ist schon wieder so ein Vollidiot! So, jetzt war ich auch mal böser. Hey, geil, 24, 24. Nein, oh Mann, bin ich doof oder was, das kann doch wohl nicht wahr sein. Warte mal, wir platzieren ja das Feuer, könnte aber keine gute Idee gewesen sein. So, dann muss ich los. Das ist ja ein Hebel irgendwie. Geht's hier irgendwo lang? Neh. Neh. Hallo, mach hin. Wieso ist er verreckt eigentlich? Ne Wallspike da oben, Alter. Lass mich in Ruhe. Aber schön, wie er verreckt ist. Ey, ich hab ihn gekillt, Alter, mit nem Bogen sogar. Ja. Ja. Garh, ey laphi. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017